so mal gucken wir jetzt direkt den nächsten starten können hier ja sorry aber da kann ich nicht anders so die baby stellt sich jetzt bevor wir den nächsten starten stellt die sich jetzt erst mal ein bisschen lauter da muss aber noch was gehen so machen wir mal überfall auf human labs genau markus ich gehe noch mal ganz schnell zum casino am rädchen drehen dann geht es weiter herrsacht muss ich jetzt darauf warten bist du da bist du von dem appartement zum casino gefahren bist ich war mit dem sportwagen ich sitze schon in der nächsten mission ich fahrt jetzt eigentlich nur ja so okay dauert doch nicht gelöte einer dann wären raus auf dem nächsten teil ich bin schon bei dir drin ach gott das bitte nicht mein arsch bleibt einwandstraße da geht es nur raus die ist die fangen gerne in der einwandstraße rein ich hoffe dass du keiner so bist alle warten auf einen alle warten auf markus ja baby will doch eh noch ihr lauter stellen das kommt aber nicht wirklich so rüber ist dein mikrofon spieler zu feucht geworden oder was los rein da ins casino geil ich mache die ganze zeit die mission mit linken dem controller fast leer jetzt zu hinkst du nicht einfach das ladegerät genau ich habe auch mein schnitt dran ich mache jetzt mal mit dran weil er meine hat auch nur noch ein balken dein controller oder den kopf nein der hat mir eben das blinken angezeigt du hast bestimmt kopf nein während wir am fliegen waren ach nee ich weiß was du meinst dann soll im 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 in sehr gut dann können wir ja jetzt mal an die markus kommt noch der brauche der extra einladung der brauche der extra einladung hier jetzt dann legen wir mal los mit dem teil ersten teil okay der wird noch mal müssen wird wahrscheinlich noch mal eine nummer heftiger als der vorige da sind viele dinge zu tun ach da ist er wieder unser bester freund ich vergesse das immer wieder dass wir zum links fahren müssen ich müsste mal panzerung kaufen also die ganz schwere panzerung ja ja aber nicht so viel ich habe es nicht so viele die 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 hier was die 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 Elgen Avenue. Wir werden mit jemandem, der ein bisschen Probleme mit dem Büro hatte, also bitte benutzen. Ein von euch wird das Gespräch. Ein von euch ist ein Bezug. Und die anderen zwei werden die Bezugreifen. Die 4x4-Armorgen gehören zu Meriwether Security Consulting, das gehört zu Don Percival, der im Domain Labs läuft. Wir finden die Meriwether Insurgent auf den Überschuss in Blaine County. Okay, Leute, es geht nicht darum, welche Art du das machst. Wir fahren jetzt mal mit den Zugangscodes. Wie fahren wir jetzt? Hä? Wie wir fahren. Mit einem Auto, weil wir... Ich denke, wir brauchen keine... Wir müssen ja alle an einen Ort. Ähm, die sagt Bescheid, wenn wir starten können. Oder wenn die Stadt kann. Also, wie wir aus? Ich weiß nicht, ob wir noch Waffen brauchen oder so. Wie? Okay, auf geht's. So, Posten Süden, Leibwächter, Käufer. Baby sieht tatsächlich... Du möchtest Leibwächter sein? Ja, ich denke, so passt das eigentlich auch. Ich bin auch Leibwächter. Ja, Baby ist aber am Sympathischsten, wenn ich ehrlich bin. Die kann man am ersten vervollnehmen von uns. Ich bin auch Leibwächter. Wir haben vier Aufgaben, Tobus. Richtig. Wir haben vier Aufgaben, vier Punkte. Ich habe mir den Nike Shark geholt. Okay. Ich bin jetzt ein paar kurze Lohnen. Im Moment noch das gesichertste und gepanzerte Fahrzeug, was am besten aushält. Von allen. Ja, ich bleib bei meinem Corona. Wie ist das für mich so das beste gepanzerte Auto für mich? Aber wir müssen eigentlich jeden mit einem Auto fahren. Daher ist es eigentlich Wurst. Wo hat der denn den Chuck? Hä? Der sollte den Nike Shark holen und nicht den einen Typen. Dann komme ich zu euch. Ja. Da komm. Ich bin drin. Habe ich gesehen? Ich habe ihn drin. Markus, nimmst du bitte mal die Hand von meinem Schoß? Das lenkt mich beim Fahrrad. Wenn du dich hier schon fast rüber lehnst. Wenn du dich hier schon fast rüber lehnst. Wollte ich gerade sagen, ja. Hä? Du sagst, dass du dein Kraft da lehnst den ganzen Kopf zu meinen Schoß rüber. Ja. Also wer ist hier? Wer ist hier der etwas andere? Das ist bestimmt Wunschdenken bei dir. Du willst auch mal Schoß schalten. Nee. Ich hab drauf ein. Ich hab deshalb. Also nichts mit Wunschdenken. Ja, was. Was was was. Mein Charakteres. Du wirst das auch nur schalten. Oder? Du wirst das auch nur schalten, oder? Ich kann nicht das hunderschalten. Du wirst das hunderschalten, oder? ich bin doch nicht mal eingeparkt richtig ja ja ihr müsst da unten wir lassen euch dann da unten noch machen die lassen wieder ein bisschen auf sich warten gerade jetzt dauert aber einen moment bis die alle kommen ich glaube ich nehme erst meine kann hat wir von dem müssen frei zu machen die erste welle da frei zu machen wird die autos als versteck der kurma der ist gleich weg das ist das problem müssen eigentlich alle dinge im punkt eigentlich nicht nein nein wir bleiben hier oben irgendwer ist noch nicht in position und der leibwächter die müssen beide unten stehen bleiben bei dem hier steht ja der ich bin in position du hast den anderen punkt da oben genau sagen du bist drüben nein ich habe den anderen nicht ich muss zum auto zu dem punkt ach so wie sie bleibt ja gut okay jetzt ist aktiv ja da kommt irgendwas angefahren ja da kommt der schwarze der jetzt der angefahren kommt wir schleppen sie meinen kuruma ab das ist total beschissen die tage ich kann mal da stehen gelassen die worden unterhält sich hört er zu und ich bin dein leibwächter ich muss bei jubel stehen ja bewache mal ihr leib bewache mal ihr leib okay setzt es jeder sich selber der nächste also die auf der straße kriege ich wahrscheinlich weg auf der garage auf der straße diesen weg scheiße weil ich nicht sorry das war mein fehler alles ist gut und von vor rum ich habe ihn versteckt ich habe auch mehrere geschüsse getroffen was denn thomas hat ihn versteckt und mehrmals getroffen ins gesicht genau deswegen so viele weiße flecke herzhaft dinge dinge die die welt nicht brauche wissen muss okay tut mir leid papa so auf geht's glaube wir könnten jetzt abhauen doch treffpunkt aktivieren dann zum aussichtspunkt hoch okay warte bis deine kleinen mitglieder die position erreicht haben die garage geht auf jetzt ihr könnt euch nicht ein auto davor setzen oder als schutzschild das ding ist doch wenn das video anfängt dann stehen die autos wieder so wie sie vorher waren also alles was von links kommt richtung von der straße kommt hole ich mir das sind die drei autos und ein paar leute vielleicht ach der krummer steht mir gegenüber okay sehe ich gerade steht auf der anderen straße das kann man ändern ich habe ein maschinengepistole in der hand okay vorlieg ohne schutzsichere weste doch beschissen hat wir ein auf deckung das frei da wo du gerade vorstand du stattdach ziemlich offen von da oben erst weg ist frei ich habe erstmal nur noch von rechts ja perfekt ja ab und dann weg ja ich weiß dass ich in platten fährst du den schwarzen bw marcus ja okay da fährst du mit mir gerade ich habe zu dem blauen der das stand genommen ja ich habe gesehen ich habe es gesehen ich ich wusste nicht wer jetzt bei mir mit eingestiegen ist man das schild und dann da sauer ja gut gemacht leute gut gemacht ja ja kasten sind drin ja ist allein gesammelt sehr gut verwaltung bestanden ich habe diesmal wieder platin dritte miteinander schleimer aber ich weiß nicht woran das tatsächlich festgemacht werde ich bei mir ist es wirklich wichtig ist dass wir das dringend bestehen du suchst dir nur die besten positionen aus nein das war tatsächlich wirklich jetzt nur zufall ja ja also ich habe tatsächlich eine sehr gute position muss ich sagen da oben also ich überlasse die position immer die bonnen das ist wenn man eine lange leitung hat ja das stimmt das stimmt meine güte so was kommt denn nach nächstes das ist ja wo kann ich sagen es kommen jetzt hat sich die jetzt kommen die kuroma naja kuroma die sergeant ja die wird noch mal wo es geht schon immer schon um ihn